Hey Leute von Xbox Dynasty, ich bin's euer Zorn und ich habe die Xbox Series X am Start und ich kann euch endlich Gameplay Material zeigen. Ich mache den Anfang hier mit Gears 5 und der Kampagne und wir werden die nächsten Tage so viel Gameplay raushauen hier im Kanal. Also abonniert unbedingt den Xbox Dynasty YouTube Kanal, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video hier gefällt. Postet in die Kommentare, teilt die Videos mit euren Freunden und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit Gears 5 auf der Xbox Series X. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Kate ist nicht bereit für das. Sie kann ja kaum die Augen aufhalten. Mach dir keine Sorgen. Sie schafft das. Okay, wir sind fast bei Bert's calling up. Willkommen in Azura. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Gestern Nachts. Bestimmt acht oder neun Minuten, ja. Albträume? Wird es je besser? Es wird erträglich. Alles klar, legen wir mal los. Kommt schon. Wir müssen uns einhaken. Und wer springt zuerst? Definitiv nicht du. Dale, mir geht's gut, okay? Ja, ist schon klar. Oh, scheiße. Danke, Dale. Sam, wir steigen aus. Verstanden. Wir warten hier oben auf uns. Wir sehen uns. Hey, Dave, kommst du? Alles klar, Zentrale. Wir gehen rein. Zentrale? Echt jetzt? Ich hab einen Namen. Zentrale. Regeln sind Regeln, Bert. Ich meine, Zentrale. Und wir brechen schon jetzt genug von ihnen. Was Jim nicht weiß, macht sie nicht falsch. Das wird meine Entscheidung, okay? Wenn es dem Ministerpräsidenten nicht passt, kann sie mich ja anschreien. Vermutlich lässt du das sowieso tun. Sag uns einfach vorhin, Zentrale. Ich werde mein Bestes geben. Aber denk dran, da war seit 20 Jahren niemand mehr drin. Ja, ganz gut. Ihr sollt kein Haus kaufen, sondern einen alten Prototyp des Ammers der Morgenröte starten. Laut deinen Informationen ist eins der Silos noch ein Tag, oder? Ja, soweit sie das beurteilen können. Bringt Dave in einen Kontrollraum. Er regelt die Startsequenz. Er... das ist meine art zurück nach azura zu kommen ja aber wenn die satelliten im orbit sind können wir dem schwarm von dort aus einheit schweißer teufel wie durchsucht man ein ort der einstürzt über die kante bärts plan von hier ein satelliten zu starten bescheuert bescheuerte pläne sind irgendwie bärts spezialität woher wusste wird überhaupt dass es hier ein satelliten von meinem dad vor seinem tod hat der bärten ein paar geheimnisse eingeweiht davon gibt es auf dieser insel eine menge mit leichen hätte ich nicht gerechnet nur eine handvoll hat es lebend aus azura geschafft impuls wir müssen da durch ok los geht's bleibt stehen da kommen noch mehr sie haben dave sende einen impuls und dann sehen wir mal was wir haben da sind sie Was ist das? Was war das alles? Anhöhe links! Plakiert sie! Wir Drohnen! Scheiß! Werfe Granate! Schießt auf Werfe Granate! Oh nein! Nur noch einer übrig! Alles klar, das waren alle! Kurt, es ist bestätigt. Die Dezura-Grabstätte ist aktiv. Scheiße. Okay, komm nur in der Luft. Sagt Bescheid, wenn ihr Verstärkung braucht. Wir haben es vorerst im Griff, Delta Ende. Kommt schon, wir müssen eins der Silos finden. Wenn der Schwaben den nicht schon alle zerstört hat. Halt! Ich denke, wir können hier runter. Ja. Wie ist das? Ist nur leid. Das ist ja okay, diese Kopfschmerzen sind... Mir geht's gut, okay? Finden wir das Dilo. Fürs Protokoll. Du siehst nicht gut aus. Gut. Zu viel aktive Schwärme. Wir sind überall Grabstätten geschnürt. Ein Grund mehr, den Hammer online zu bringen. Hoffentlich sieht Jin das auch so. Du siehst? Du siehst? Ich bin ein Rad fart, das war. Du siehst. Du siehst? Du siehst? Sie kamen aus dem Nest dort! Nein! Fest zerstört! Ausgeschaltet! Okay, alle erledigt. Okay, wir sind in einem Silo. Wir haben eines der Sidos gefunden, aber zerstört. Tja, da sind noch zwei. Eines funktioniert noch. Ich hoffe, du hast recht. Wir haben den Krieg schon einmal auf dieser Insel beendet. Mit dem Hammer-Satelliten schaffen wir das nochmal. Das ist der Plan, Kumpel. Zentrale Ende. Geradeaus geht's nicht. Wie groß ist diese Raketenbasis eigentlich? Finden wir's raus. Ihr geht nach rechts, Markus und ich nach links. Wir finden diese Silos. Und gut. Bleibt dabei in Kontakt. Bist du dir sicher? Zwei Silos, zwei Wege. Hast du ne bessere Idee? Dirk, die Luke! Spring runter! Sieht aus wie ne Art Abluft. Was kommt er von dem Silo? Nur einen Weg, das rauszufinden. Lauf! Macht sie frei! reapert! Gsk! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. James, wir sind über dir. Ich seh dich, ja. Wir leisten von hier oben Unterstützung, wenn's brennfähig wird. Sag uns, auf wen wir zielen sollen. Schreiten wir zuerst die Drohne aus. Ich hab mein Ziel. Okay, jetzt, Feuer öffnen! Herr, hier ist ein Dress. Löffne Splitter-Kazate greifen! Feuer auf die Drohne konzentrieren! Schießt auf die Drohne! Schießt auf die Drohne! Bring! Schießt auf die Drohne! Schießt auf die Drohne! Fortschritt! Fortschritt! Das ist ein Grenadier! Alles in Ordnung! Oben sind noch welche! Ihr zwei geht vor! Verstanden! Vorsicht! Schwarm! Doch scheiße! Filter! Zentrale! Wir könnten jetzt diese Verstärkung brauchen! Euer Konto ist fast im Reichwein! Okay, Verstärkung unterwegs! Ich habe Beschützer oder DR-1er! Was darf es sein? Gib uns ein paar DR-1er! Ja, ich bin erledigt! Gesehn! Ich helfe dir!